... Besucherinnen, Besucherinnen, Besucher, Patienten, nee, das nicht, liebe Touristen, wir begrüßen ganz herzlich die emsigen Unterstützerinnen des Bündnisses für mehr Personal im Krankenhaus, stellvertretend für alle, die uns da auf hohem Niveau, auf höchstem Niveau hervorragend solidarisch zuarbeiten, Lucy und Julia, herzlich willkommen! Ja, Stefan hat es gerade schon gesagt, stellvertretend, wir begrüßen euch aus dem Bündnis Berlinerinnen und Berliner für mehr Personal im Krankenhaus und wir, das Bündnis, das sind Patientinnen aus Selbsthilfegruppen, es sind Studierende der Halles-Salomon-Hofschule für Pflegemanagement, es ist der Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte, es sind Aktive und Beschäftigte aus anderen Krankenhäusern und in Anfängen auch pflegende Angehörige und viele andere Menschen, die wir in den Krankenhäusern haben, Interaktive aus verschiedenen Zusammenhängen rund um das Thema Gesundheit, hallo! Und was heißt das? Wir haben uns gegründet, um die Auseinandersetzung an der Charité zu unterstützen und wir sind solidarisch, aber wir sind nicht nur solidarisch, sondern euer Kampf ist auch unser Kampf, denn euer Sieg, das ist unsere Gesundheit. Als Patientinnen, Angehörige und Ärztinnen wissen wir, ihr kämpft nicht nur für bessere Arbeitsbedingungen, ihr kämpft für eine andere, für eine bessere Versorgung im Krankenhaus. Eine bessere Versorgung im Krankenhaus, das ist in unserem aller Interesse. Deswegen gehen wir auch heute zum Roten Krankenhaus. Wir gehen zum Roten Krankenhaus, um mit eurem Kampf und unserem Kampf nicht nur den Vorstand der Charité zu adressieren, wir adressieren auch die Politik. Wir fordern die Politik heraus, endlich Verantwortung zu zeigen. Seit mehr als zehn Jahren gibt es tiefgreifende Veränderungen im deutschen Gesundheitssystem. Schuld daran ist der Sparkurs der öffentlichen Haushalte, schuld daran ist die Einführung der Fallpauschalen. Sie haben Pflege und Fürsorge kaputt gespart, sie haben damit die Arbeit verdichtet und die Bedingungen der Beschäftigten unerträglich gemacht, aber sie haben auch die Qualität und die Versorgung für Patientinnen gefährdet. Deswegen stehen wir heute hier, deswegen gehen wir heute zum Roten Krankenhaus. Her mit den guten Quoten, wir haben ein Recht auf gute Gesundheit. Und während die Folgen für die Beschäftigten, für die Patientinnen, fatal sind, streichen die Krankenhausbetriebe, und ich sage bewusst Betriebe, Profite ein, gerahmt von der Politik. Deswegen sagen wir, es ist Zeit, gegen diese Form der Gesundheitsversorgung aktiv zu werden. Es ist Zeit für einen Politikwechsel. Mit dem Streit für mehr Personal im Krankenhaus seid ihr genau auf dem richtigen Weg. Ihr eröffnet neue politische Spielräume und diese Spielräume sind dringend notwendig in Zeiten von Krise, in Zeiten von Widersprüchen, zunehmenden Widersprüchen und in Zeiten von Spar- und Kostendruck. Mit den Forderungen nach Personalbemessung haltet ihr damit ein deutliches Stoppzeichen und dafür sind wir heute hier und laut. Deswegen sagen wir heute noch einmal laut und deutlich, wir lassen uns nicht wegschlichten, wir lassen uns nicht wegklagen und wir lassen uns nicht wegsparen. Wir, diesen Kampf gewinnen wir. Dankeschön. Wir, diesen Kampf gewinnen, wir lassen uns nicht wegschlichten, wir lassen uns nicht wegschlichten, wir lassen uns nicht wegschlichten. Wir lassen uns nicht wegschlichten, wir lassen uns nicht wegschlichten, wir lassen uns nicht wegschlichten. Wir lassen uns nicht wegschlichten, wir lassen uns nicht wegschlichten.